Musik Hast du schon mitgekriegt im vierten Stock? Ist jemand tot? Ist jemand tot, tot? Ich hab es immer gesagt, ich hab es immer gewusst, irgendwas stimmt da nicht. Zu sagen, es war Mord, es war eiskälte Mord, mitten in der Nacht, naja mich wundert's nicht. Der Kommissar hat gesagt, er hatte Feinde, so viele Feinde. Mitten in der Nacht habe ich ihn laut schreien hören. Sie haben ihn ermordet, sie haben ihn erstochen und ich hab es gesehen, und ich hab es gesehen. Sie haben ihn gestohlen, sie nahmen ihm das Herz, sie nahmen ihm die Hoffnung. Ich habe noch am Morgen einen Teuer vor den Tröcken ausgesehen. Hast du schon mitgekriegt im vierten Stock? Ist jemand tot? Ist jemand tot, tot, tot? Ich hab sie immer gespürt, ich hab sie immer gefühlt, diese Finsternit. Und sie sagen, er war kalt, seine Leiche war kalt, so wie die Nacht, in der seine Seele starrt. Jetzt ist das Dachgeschoss leer, und das Schicksal schreit, dunkle Mittag von mitten in der Nacht. Jetzt habe ich ihn laut schreien hören, sie haben ihn ermordet, sie haben ihn erstochen und ich hab es gesehen, und ich hab es gesehen. Sie haben ihn gestohlen, sie nahmen ihm das Herz, sie nahmen ihm die Hoffnung. Ich habe noch am Morgen einen Teuer vor den Tröcken ausgesehen. Das Dachgeschoss ist leer, 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 leer. Sie tragen seine Sachen drauf, jetzt zieht seine Familie ein, und dann wird alles besser sein. Mitten in der Nacht habe ich ihn laut schreien hören, sie haben ihn ermordet, sie haben ihn erstochen, und ich hab es gesehen, und ich hab es gesehen, sie haben ihn gestohlen, sie nahmen ihm das Herz, sie haben ihm die Hoffnung, ich habe noch am Morgen einen Teuer vor den Tröcken ausgesehen. Am Treppen ausgesehen, oh. Herr Kommissar, Herr Kommissar, da liegt der Leiche im Treppenhaus. Scheiße. Okay, wir sehen uns gut ausgesehen. Locked in the Duick geh, gut ausgesehen. Untertitelung des ZDF, 2020